Hallo zusammen hier ist wieder der Sarge und herzlich willkommen zurück zu Risen unserer kleiner Klopperei hier bei den Magiern. Ja die Magier haben wir alle bis einen in Grund und Boden geprügelt die Ordens Brüder und jetzt suchen wir noch den letzten Bruder ich habe hier eine ganze Gang dabei vier Typen die mir helfen dennoch habe ich beim letzten mal ein paar mal ein bisschen gefällt, ein bisschen bin ich dabei gestorben aber ich muss halt nur ein bisschen vorsichtiger sein okay die müsste schon leer sein so und der letzte der Kollegen der müsste im im Dingens sein hier Moment irgendwo müsste doch was knurrt denn hier so komisch kommt ihr mir helfen oder was okay dann nicht ist ja voll die Gang hier dann helft ihr mir eben nicht jetzt knurrt hier schon wieder irgendwas hier ist doch irgendwas kommt ihr okay sie kommen so läuft das knurrt hier noch irgendwas abhauen kannst du vergessen okay das habe ich aufgeweckt ich habe mich glaube ich irgendwie ein bisschen verirrt ich glaube wir müssen zurückgehen mal oder ja gehen wir mal zurück also erstmal speichern wir natürlich und dann gehen wir mal zurück sind wir hier gekommen war das hier denke schon genau und dort oben ist der letzte Kollege den lockern wir jetzt direkt mal raus jetzt wirst du mich kennenlernen und ups alter alter ok dann ziehen wir euch den Knüppel du entwischst mir nicht du mir auch nicht komm genau so läuft das das war der letzte Bruder so und jetzt ups Kampfstab natürlich warte mal wir haben noch da hinten noch unseren da können wir jetzt aufheilen also voll heilen wir haben da diesen dieses fasst mit wasser da dann heilen wir ganz wenig aber wenn wir es ganz oft machen dann heilen wir ganz viel ja geht an sich wieso vibriert das hier so ja jetzt gehen wir auf jeden fall noch rein in diese in dieses ähm ausgrabungsstätte gedöns und schauen was es da zu holen gibt ich bin ernsthaft ich bin jetzt schon richtig gut dabei gold mäßig mit 300 mit 500 gold kann ich mir schon diese arbeit der kleidung holen wobei ich das ehrlich ein bisschen überteuert finde aber wenn wir noch ein bisschen zeug finden dann können wir das easy kaufen jetzt kommen schlürf schneller alter wie er schlürft so und ein letztes mal und dann können wir speichern genauso auch vibriert das hier so komisch ok speichern wir mal und dann gehen wir mal rein hier in die gute stube ist das ein eingang nein der eingang ist natürlich vorne super habe ich das wieder gemacht kommt ihr irgendwie wollen sie nicht kommt ihr ach da oben ist ja schon einer wo sind die anderen hin die brüder die kollegen wo seid ihr hallo hallo wo sind sie denn waren die nicht eben da vorne mit dabei oder sind sie äh ähm sind die hier irgendwo vielleicht verschütt geplant sind die nicht mitbekommen oh das knurrte schon wieder was das ist doch schon wieder ein wolf oder was das ist aber hier eine andere stelle oder ähm 60 erfahrung für was 60 erfahrung für was ähm ähm 60 erfahrung für was hallo so schon wieder die kämpfen doch gerade oder wo kämpfen sie denn das kann ja nur hier unten sein das kann ja nur hier unten sein aber warum okay ähm die sind tot wa die sind tot die habe ich da nicht getötet noch ein toter keiler oh das war's mit der aha genau die die keiler haben sie getötet aber warum kommt kommt mal mit freunde immer schön mitkommen jetzt gehen wir mal in diese ausgrabungsstätte rein erstmal schön also speichern können wir auch davor noch so auf geht die wilde fahrt also so ganz so ganz ohne rüstung finde ich irgendwie hier sind meine pfeile die ich vorhin daneben geschossen habe so ganz ohne rüstung muss ich sagen fühle ich mich nicht sehr wohl aber gut also gehen wir rein beziehungsweise wir können wir mal ein extra speicher statt anlegen weil jetzt überschreiben wir ja die ganze zeit okay ausgrabungsstätte hier alles klären so da siehst du jetzt hat er nämlich schon drüber gespeichert oh oh alter wenn wir da mal reinballern du entwischst mir nicht du entwischst mir nicht oh oh jump das Viech steht nicht mehr auf nur ein totes Viech ist ein Treffer hat's mich und gleich waren das drei oder was die Weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt genau warum erzählst du mir das geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don nein nein jetzt gehen die alle weg ähm warte mal kurz ähm da laden wir nochmal neu beziehungsweise Moment mal ähm was sagt jetzt die Quest ähm ähm Banditenlager äh okay jetzt soll ich wirklich dem Don das erzählen aber ich will erstmal hier ein bisschen eventuell werde ich gleich nochmal laden weil das war jetzt nicht beabsichtigt dass ich mit denen rede was Telekinese Aua ok fall ich hier in der Mitte runter vielleicht hm ich will da rein hm hm wie komme ich denn da rein ok ist ja schwer am atmen wenn ich da auf so ein Ding raufkloppe ja aber aber hier warte mal so 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 hm hm ok da kann ich nichts machen worauf stehe ich denn da gerade ich sehe da gar nichts das ist das ist auf jeden Fall eine kaputte Säule hm hm die Geräusche sind auf jeden Fall nicht sehr lustig ok es sieht so aus als wenn ich hier wirklich nicht weiter komme schloss knacken irgendwie ist auch nicht aber da drin ist doch irgendwas aber da drin ist doch irgendwas also jedenfalls kein Monster aber oh da liegt einer drin kann ich den nicht ansprechen hallo ok warte mal wie war das immer in so einem anderen Spiel irgendwie mit dem Pfeil schießen auf mit dem Pfeil schießen auf irgendeine Schalter Vorrichtung hm also irgendwie knurrt hier irgendwas hier muss doch irgendwo ja gut dann ähm eben nicht hm ja dann gehen wir halt wieder zurück ins Banditenlager ein bisschen jetzt da oben drauf muss doch was sein ne wenn da oben Sand drunter rieselt ist da vielleicht was ne ich höre doch auch was hm 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 ok dann ist hier eben nichts gut dann äh gehen wir mal wieder ins Lager zurück wer müsste denn finden das müsste genau die nächste rechts sein schade ich hätte die Kollegen echt noch gerne ein bisschen länger gehabt zum Beispiel für den ghoul das wäre echt ne Meisterleistung die gegen den ghoul kämpfen lassen aber gut dann eben nicht ok die Skelett Typen haben wir jedenfalls auch aufgemischt also ganz schön finster hier ich weiß immer noch nicht wie man spurtet aber gut das müssen wir erstmal oh ah Wasserfass mich interessiert jetzt auch gerade mal wie denn meine Werte sind so also wir sind Stufe 6 haben 15 Lernpunkte hm 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 Stabkampf ja ich habe mich noch nicht so recht entschieden wie genau ich kämpfen möchte ähm Geschädlichkeit Stärke hm Zweihänder die hätte eigentlich auch keinen Bock das Ding macht auch zu wenig Schaden das Ding ist schon gut aber das Ding macht natürlich richtig Fettschaden ok wir haben auf jeden Fall einiges an Gold und wir haben 15 Lernpunkte damit können wir schon was anfangen oh da steht er ja Kripp Kursche kommst du dann auf einmal her lass uns handeln so ähm hm ne handeln will ich noch nicht oh ok dann lese ich doch mal die Steinplatte ähm hm 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 so hier steht etwas über meine Kini genau super äh roher Bollen hm keine Ahnung muss man eigentlich hier was braten oder so ich brauche eine Pfanne ja die Pfanne die werde ich jetzt als erstes das ist eine gute Idee die Pfanne ne Pfanne muss ich mir also dass ich die verkauft habe das war wirklich dumm das war auch nicht beabsichtigt so dann kollegischen da bin ich wieder so was ist das ach das ist der der rennt ein bisschen hin und her bisschen planlos Rikado die weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt warum erzählst du mir das geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don ja genau ok aber warum nicht ach das ist zum setzen ok auch nicht schlecht so dann haben wir hier alter Duck ok das ist schon wieder der Typ da macht mich ein bisschen kirre Domingo Ricardo die weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt warum erzählst du mir das geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don die haben sich wohl abgesprochen oder was was kannst du mir über die Jagd beibringen kannst du mir was beibringen Geschick, Bogen, Schleichen, Tiere aus ne danke danke danke, nein wobei ich hab mal ne Idee wie wärs denn wenn ich mir Schürfen und Schmieden beibringe da war doch was warum bist du hier die weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt warum erzählst du mir das geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don na gut ähm ähm so crack wenn du jetzt auch das gleiche sagst ne dann gibt's wenn sie die warum erzählst du mir das geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don äh zu Fincher oder gleich zum Don ja 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 so okay äh was ich glaube ich hab was gehört da magst du mir was beibringen ähm so bring mir was über das Schmieden bei okay schmieden schmieden 1 okay zeig mir wie man schmiedet zunächst einmal werde ich dir zeigen wie du ein Handschwerter schmiedest um ein Schwert zu schmieden brauchst du einen Rohling zuerst machst du den Rohling an der Esse heiß wenn er glüht und der Stahl weich genug ist kannst du ihn am Amboss zu einer Klinge zurechthauen dann kühlst du die Klinge ab damit sie hart wird anschließend schleifst du sie am Schleifstein das ist alles du kannst auch einfache magische Schmuckstücke herstellen dafür brauchst du einen Goldschmiedetisch hätte ich auch Bock Schmuckstücke beziehen ihre Kraft aus dem Edelstein den du einsetzt die Kunst besteht darin den Edelstein in Gold einzufassen um daraus einen Ring oder ein Amulett herzustellen genau das war der Hauptgrund warum ich das gemacht habe denn ich möchte auch Schmuckstücke bauen so jetzt ist die Frage okay mhm hast du auch Schwert Rohlinge? nur das was ich verkaufe meine Erzvorräte sind nämlich leer aber wenn du mir Eisenerz anschleppst dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen bring mir Schürfen bei ich möchte Eisenerz gegen ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen gut, was willst du? wie viel Eisenerz brauche ich denn? 8 Eisenerzbrocken mindestens für ein Einhandschwert Bastardschwerter brauchen 10 und 2 Hände 12 Eisenerzbrocken ok bringen wir was über das Schmieden bei zum Beispiel das jetzt kommen hm wie kann ich denn jetzt hier schürfen und so Beppo? mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden Goldschmiede da wäre die Goldschmiede aber haben wir nicht einen Rohling irgendwie dachte ich wir hätten einen Rohling Knochen also das übrigens da habe ich jetzt gerade nochmal nachgedacht und dieser Stab den wir haben das ist Zweihandwaffe 32 Schaden für eine Zweihandwaffe das ist irgendwie ja wobei Zweihandwaffe Klingenschaden 20 wo ist denn das Schild? so kleiner Schild Holzschild so alles klar ja ähm Ampers ich brauche einen glühenden Rohling ich brauche einen Rohling ich brauche einen Rohling ich brauche ein stumpfes Schwert so warte mal was hast du denn für ich glaube ich habe was gehört ja ich habe eigentlich gehofft dass ich bei dem schürfen lerne ich wollte eigentlich ein bisschen schürfen warte mal wo kann ich denn jetzt hier ich kenne kein Rezept ich sage jetzt nicht dass die hier drin schläft oder? doch tut sie ja war doch was nein nein war nichts ich werde jetzt reingehen hauzt mich zu Brei ok ich würde sagen wir machen mal ein Nickechen so jetzt bereue ich fast schon wieder dass ich gerade Spielen gelernt habe was kann ich denn jetzt überhaupt eigentlich hm haben wir hier irgendwo Lehrer aha das habe ich auch noch nicht gewusst Fincher Kampflehrer Axtkampf Stärke Alchemie Schmieden ok Affenstadt Banditenlager Händler Händler ja das ist so schön dass er mit Gold geht aber da sind halt keine Krautpflanzen mehr da oben ok ähm Fauler Hund und Roga Roga hm ich glaube ich muss nochmal mit ein paar Leuten hier reden ihm zum Beispiel er sitzt immer auf seiner er ist der Boss ok du lässt Sam dein Holz siegen? Na und? wüsste nicht was dich das angeht wenn die Jäger nicht jagen werden hier bald alle verhungern ach komm jetzt machen wir mal halblang als ob dich das interessiert ja ich warte doch nicht bis Rachel die Schlampe von Don die Holzvorräte verteilt am Ende gehe ich noch leer aus was? wer bin ich denn? solange ich hier noch was zu sagen habe arbeitet Sam für mich verstehe so ok dann wollen wir mal speichern und wollen wir mal abrechnen mit dem Kollegen so Kollege jetzt wird abgerechnet ich hau dich beim Don in die Pfanne was? womit denn? mit der Schutzgeldsache? das ist doch wohl ein Witz nein ich fürchte das ist bitterer Ernst du wagst es tatsächlich? ja genau ich will mich nicht schon wieder mit dir schlagen ich werde die Füße still halten aber glaub bloß nicht dass das kein Nachspiel hat ich bitte darum wer sonst zu langweilig hm chemie aus dem Augen genau so dann ähm du bist besser als ich gehofft hatte natürlich ich sehe in deinen Augen dass dir diese Geschichte noch nicht reicht du wirst noch so einigen Leuten hier auf der Insel großen Ärger bereiten so viel ist schon mal klar ja wie auch immer danke für deine Hilfe sicher hier das wirst du sicher gebrauchen können bitte irgendwas Hilfe ja dann werde ich mich gleich an meine eigentliche Arbeit machen was viel Glück und pass auf deinen Kopf auf Kleiner wir sehen uns 50 ist echt zu lame so ich hab keine Säge wie du hast ich hatte doch eine Säge jetzt hör mal auf hab ich ja alles verkauft oder was na gut so ähm dann gehen wir mal hier hinten hin wo krieg ich denn jetzt eine Pfanne her ich glaub ich muss wirklich ich muss wirklich die 500 Gold rausritten warte mal was ist denn jetzt mit den Quästen fauler Hund Broga will dass ich äh äh wunderschönen 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 wo das her noch wunderschönen miese geschichte schon fast nicht mehr ertragen das hast du sehr gut gemacht das werde ich meinen hier ist eine belohnung jetzt haben eine bitte bitte wäre besser für uns beide wenn mein mann von dieser affäre nichts erfährt ich mir vorstellen so wenn du jetzt nichts wichtiges mehr hast werde ich mich wieder meinen aufgaben widmen ich habe auch wegen deines lagers die jäger sollten jetzt nicht mehr deine sorge sein ich habe schon gehört dann kann ich mich um andere sachen kümmern nimm dieses gold gibt aber nicht alles auf einmal aus gott 20 gold ist nicht das war im wesentlichen alles was hier im lager zu tun war wirklich na gut ich danke dir ohne deine hilfe hätte ich das nicht geschafft ist nicht wahr ja hier nimmt dies als anerkennung von mir ich will hoffen dass es jetzt auch einige zeit so bleibt okay wie sieht es mit einem platz zum schlafen mit dir zusammen nimm doch pro gas hütte ich glaube nicht dass sie dir jetzt noch von jemandem hier im lager streitig gemacht wird danke eine bretter bude im sumpf das nenne ich doch mal ein zu hause so aber ich brauche immer noch eine pfanne das ist denn er doch bestimmt hier laden zeigt mir deine wahl zeigt mir deine wahl was ist denn mit einer pfanne da ja eine pfanne muss ich auf jeden fall kaufen goldschmiedhammer schmiedehammer was willst du denn für ein rohling haben rohling du hast doch ein rohling oder rohling schädelspalter den hätte ich schon gerne vielleicht sollte ich mir was eigenes schmieden so bernstein das habe ich ihm alles verkauft wo hast du denn den rohling ach so den wollte er mir so verkaufen okay dann kauf ich den mal bringt mir was über das schmieden bei was ich jetzt nicht verstehe was ich jetzt nicht verstehe ist wie kann ich schürfen wenn er mir das nicht beibringt aber das werde ich schon noch rausfinden aber wir machen jetzt hier erstmal einen cut und sehen uns in der nächsten folge also bis dann tschüss er sitzt den ganzen tag